Problem ist bloß, ich muss die hinbringen, ohne getroffen zu werden. Oh, der hat sie ja noch gar nicht. 30 Stück, 100 Rubine, Bombenkauf, Bomben. Ich kann mir nachher nicht 30 Stück tragen, Penner. Hä? Ich dachte, mein Ding wäre das ab. Der Baum zum Beispiel, der, wo schaut, der spuckt Bomben aus. War das so? Genau. Der da auch? Hä? Ah, ich muss noch eins weiter. Ups. Ups, 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 ups. Stimmt, die Dinger kann ich nicht mehr. Oh. Kann ich doch schon aufheben. Na gut. Das ist ja jetzt auch offen. Ah, ja, genau. Da müssen wir ja was machen. Hey, Leute, was geht so ab? Ich muss hier kurz mal was rauslassen. Ah, fuck. Jetzt habe ich das für die Druhe gemacht, anstatt... Ja. Das ist können, meine Freunde. Können. Wir können sowas nicht. Das ist jahrelange Übung für Dummheit. Ach, ich muss hier raus... mm Hmmh Armin,uhe da. Ich muss wieder zurück in andere Welt. Weil auch wenn es die Schattenwelt ist die ist irgendwie miteinander beeinf... wuuust.. Oh? Stimmt. Ich muss erst ... was anderes machen. verdammt besser als dass man den 2 aus dem schirmflossen schief habe ich jetzt die Nummer herbekommen Sumpf des Bösen, kein Eingang, kein Inkommen wow alter bombardement oh, hier ist auch was schauen wir uns, ob man da schön ist hey, was bist du für einer und nur uns bleiben verstanden oh, okay bye alter, ich bin komplett voll, was soll der Scheiß und warum mauerst du dich in der Öle ein okay, draußen sind massig Monster unterwegs, aber ha why ach scheiße, dann komme ich wieder da hin, meine Güte es wird heute nichts mehr na gut, heute wahrscheinlich schon, aber es ist schon 0,40 sicher so da, 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 da kaum kam ich in eine Schattenwelt, wurde ich in diese Gestalt verwandelt früher habe ich das Flötenspiel sehr geliebt, das vermisse ich nun sehr da gab es einen kleinen Wald mit vielen Tieren, den würde ich gerne wiedersehen dort habe ich meine Flöte zusammen mit Blumensamen vergraben, bitte Such nach der Flöte, werde ich machen meine Schaufel, viel Glück bei der Suche da, 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 da da, 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 taxation tut 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 tout hier sende so ein Typ ach sooo und da Ach, stimmt, die hätte ich mir, glaube ich, auch... Ach, hey, ich kriege ja die Schaufel erst vor dem. Dankeschön, aber in dieser Gestalt kann ich die Flöte nicht mehr spielen. Bitte nimm du sie. Und solltest du irgendwann mal nach Kakariko kommen, dann gib sie dort dem etwas verschlafenden alten Mann. Würdest du das für mich tun? Oh, ich spüre, wie meine Erinnerung langsam verblasst. Bitte spiel mir ein Lied. Ich habe auch eine Ocarina, muss ich dazu sagen. Ist mir mal zum Geburtstag geschenkt worden, als Zelda-Fan. Awww. Ich denke, schlafenden alten Mann. Wer war denn das nochmal? Was war das? Pfeilestopp. Oh ja, das war ja... Tududududu. Aber Junge, probier doch mal deine Schießkünste an meinem Schießstand aus. Fünf Schüsse kosten nur 20 Rupine. Wow. Bist du nochmal schießen? Ja, bitte. So ungefähr. Alter, hau rein. Ich hab genug Zeug. Oh shit, wirklich. Eine Sekunde zu früh. Hau rein. Hallo, lass mich bitte reden. Das ist das ätzend. Weil die auch in unterschiedlichen Abständen kommen. Ah fuck you. Alter, ernsthaft. Das lass ich nicht auf mir sitzen, alter. Nein. Ja, schnauze. Alter, wirklich zweimal dieselbe Scheiße. Ich werde das schaffen. Yes. Nein, lieber nicht. Wow, was? Gut, kleiner Freund. Dann kannst du auf den gleichen Weg verschwinden, auf den du reingekommen bist. Was für ein Wichser. Alter. So ein Hund. Oh. Warte, warte, warte. Hier gibt's, glaub ich, was. Wo ist die Schaufel hin? Hä? Der leiht mir seine Schaufel und ich darf sie doch nicht behalten, nachdem er am Frecken ist? Ich kann nämlich, glaub ich, auch ein Herzteil finden. Fuck. Äh, ja, ja. Aber jetzt keine Lust dazu. Ich komm jetzt aber auch so nicht ins Dorf, ne? Weil das Ding dürfte ich nicht aufheben können. Nee, das ist schwer, ne? Oh ja, hier ist irgendwas. Und noch ein Herzvoll. other people. Gut, ey. Ich hab' passouelt. Kleine Säcke, ey. Jetzt können wir da hoch. Lass mich in Ruhe, du dämlicher Rüsselbaum. Es ist ein Rüsselbäumchen. Wow, da oben geht es einfach nur rum. Ey. Nein, nicht aufheben. Schau, was du vorbeikommst, Alter. So, Bombenshot. Das war es ja auch schon hier, ne? Wenn ich da runter gehe... Links ist der Bombenshot. Warte, was ist da unten? Alter. Oh. Mal schauen, wer war denn da drin? Hm. Tränke und ein Schild. Langweilig. So, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall... Zurück oben ist dann das. Wir gehen erstmal nach oben und da oben porten wir uns dann zurück. Ah, lass mich doch in Ruhe, Mann. Ah, shit. Bin doch erwischt, der Hund. Naja, jetzt habt ihr ja einen Scheißer. Das kann ich aufheben, das wundert mich gerade ein bisschen. So, hier müsste ich dann... Ist auch ein Shop gewesen, glaube ich, oder? Wow, dasselbe. Aber jetzt können wir hier mal ganz kurz was machen. Wenn ich mir gerade in einem Baum lande, oder so... Hm, der ruft von verfaulten Früchten. Gib mir den Pilz vor mein Gebräu. Danke, Mann. Ich geh gleich mal in den Magie-Shop, dann bekommst du etwas Gutes. Hihi. Danke, dass das Leben so legiert ist. Blablabla. Oh. Hm. Ist das nicht wie viel Zauberpulver, oder so? Hm. Okay, da hinten konnten wir vorher nicht... Hier hat ein Depp-Penner mich jetzt gesehen. Okay, da kann ich auch noch ein Ding aufheben. Wasserfall, der Wünsch ist gleich da vorne. Warte mal, das ist auch bestimmt irgendwas, wo ich... Ach nein, hier kann ich mich gar nicht zurückboarden. Seid ihr die 3 von der Tag-Stelle, oder was? Wir kommen in Dildo-Hosen. Oh, was ist hier los? Stimmt, ja, hier sind ja das die Zor- Ups. Die Zoras sind ja hier ein bisschen... Naja, nennen wir es mal eigen. Normalerweise sind nur die Zoras in den anderen Spielen normalerweise immer die guten. Oder Teil der guten. Hä? Okay, das tut's gar nicht abwehren. Jetzt los. Oh, hey. Oh, weißt du was von mir? Ich möchte Schwimmflossen. Oho, ich habe nichts zu verschenken. Schwimmflossen kosten 500... Ja, her damit. Hier hat eine Flossen ausgestattet, die Zoras Wasserwege zu benutzen. Alle Seen und Flüsse sind miteinander verbunden. Und tauchen in den Stuhl ein, wo du allerdings dein Land ist, musst du selbst rausfinden. Hoho. Ah, so war das. Okay, das sind die Zoras scheinbar doch nicht zu. Warte mal. Hm. Aber jetzt wollen wir doch gleich mal so. Äh. Sinds raus. Warte mal, wie komme ich jetzt wieder zurück? Scheiße. Nee. Fuck, wie komme ich jetzt wieder in die Schattenwelt? Äh. Scheiße. Ich habe vergessen, wie ich jetzt wieder in die Schattenwelt komme. Ah. Gab es im Schloss noch so ein Ding? Ah. Gut zu wissen, danke. Ich kann jetzt das blöde Level auch machen. Ey, auf mich zu ignorieren, Zyklop. Alter. Verdammte Nervensegen. Halt, warte. Ich bin ein Hammer. Ah, fuck. Was habe ich im zweiten bekommen? Im zweiten Wunsch, glaube ich, gibt es den... Gibt es da das stärkere Armband? Das wird nach einem Neustart immer drin sein, das Wasser, oder? Ja. Dachte ich mir. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö weg gegenseitig aufeinander wirkt. Von der einen Welt in die nächste. Obwohl sie andererseits dann doch wieder mit zusammenkönnen. Achtung, ich tränke kurz was. Schnell einen Dungeon ein, bevor ich mich kille.